meinte dass die youtuber in amerika gerade dabei sind alle nach snapchat zu zu snapchat zu gehen zu zu schulden auf zungenbrecher tach heute ist montag der 21.03.2016 und heute ist tag des waldes also gehe ich mit cookie auch gleich in den wald meine schwester ist gestern wieder zurück in die uckermark hat ihren besuch hier beendet außerdem ist montag montag endlich wieder montag so Das war's für heute. Ich habe den Hund an der Leine genommen, weil ich gerade einfach gehört hatte, dass er keinen Stress mit einem Förster will. Und die Spuren hier sind sehr frisch, aber den hätten wir definitiv sehen müssen. Creepy. Regen. Nicht zu knapp. Komm schnell. Ich habe vorhin gar nicht gesehen. Ich muss ja in einem Feuer gespült haben. So lang fahren sie jetzt schon lang nicht mehr. Naja, jetzt muss die Matte runter. In Amerika überlegen die ganzen YouTuber auf Snapchat komplett umzusteigen. Sagt Richard, gut ja, weil Snapchat natürlich der neue heiße Scheiß ist und weil Snapchat real ist und das die Leute wollen. So und jetzt muss ich zur Arbeit. Und wie spät ist das los überhaupt? 23.10 Uhr. Obwohl er in Amerika ja schon gar nicht mehr so neu. Er sagte auch, dass da keiner mehr über Snapchat redet. Die machen einfach. Und das ist auch das sinnvollste. Also ständig darüber zu reden, was man machen möchte oder was man macht oder langweilig. Und ja, leider sind wir in Deutschland noch dabei, wenn es um Snapchat geht. Wie auch immer. Jedenfalls meinte er, dass die YouTuber alle zu Snapchat gehen, weil es der neue heiße Scheiß ist. Und die Leute das wollen, weil es real ist. Und das ist irgendwie nachvollziehbar. Ich glaube, die Leute haben es einfach satt, irgendwie diesen durchgescripteten YouTube-Quatsch zu sehen. Den diese Lifestyle- und Fashion-Vlogger irgendwie einmal die Woche raushauen. Das ist so ein... Guckt euch mal da oben. Ich meine, es ist echt alles dasselbe. Es sieht total überproduziert aus. Ich weiß nicht, das... Und könnte man sagen, okay, mein Daily Vloggen ist auch immer dasselbe. Man könnte auch sagen, es ist beim Neistat abgekupfert. Sicher hat er mich inspiriert. Aber man muss halt auch sehen, ich habe 2006 schon gevloggt. Und ich habe nicht sehr viel anders gevloggt als jetzt. Casey Neistat hat mich inspiriert und motiviert, wieder mit anzufangen. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall gehen die ganzen YouTuber jetzt zu Snapchat. Weil das halt real ist und die Leute das wollen. Und ich habe ehrlich gesagt auch drüber nachgedacht, ob es noch Sinn macht, meinen Daily Vlog auf YouTube zu machen. Oder ob ich nicht einfach auf Snapchat sozusagen das machen sollte. Weil es um viel einfacher geht. Ich muss mir nicht hinsetzen, schneiden. Ich mache das Ding an, quatsche 10 Sekunden da rein. Maximal. Und setze es in meine Story. Aber dann habe ich mir das anders überlegt. Ich mache das erstmal parallel weiter. Also ich benutze Snapchat mal mehr, mal weniger. Und ich werde auf jeden Fall Daily Vloggen. Weil ich finde das gut. Ich meine, ich zeige in meinen Daily Vlogs auch. Quasi nur in den realen Scheiß. Das ist auch nichts gestellt. Klar stelle ich mal hier und da die Kamera hin und gehe vorbei und so. Aber von der Sache her ist nichts gekünzt dran. Und wenn mir eine Aufnahme flöten geht, weil ich irgendwas falsch eingestellt habe, vergessen aber aufzunehmen, dann ist es halt weg. Dann probiere ich das nicht nochmal wiederzuholen. Außerdem brauche ich das, mich jetzt hier abends an den Rechner zu setzen, das Video zu schneiden. Und irgendwie brauche ich das natürlich auch, um mit Final Cut klar zu kommen, dabei zu bleiben, dran zu bleiben. Obwohl ich mir jetzt Adobe Premiere aus der Creative Cloud mal runtergenommen habe zum Testen, aber kam noch nicht wirklich dazu. Dann muss ich mich bald mal heransetzen, bevor die Testversion abläuft. Naja, wie auch immer. Ich setze mich jetzt also ran ans Video, schneide es und dann schauen wir mal weiter. Ja, ich glaube die nächsten Tage werden die Vlogs noch so bleiben, wie sie jetzt die letzten Tage waren. Ich arbeite dran. Ich skripte. Nein, Quatsch. So, alles klar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss. Also einer ist schon geladen, der wird geladen, der muss noch geladen werden. Und ich trinke noch einen Kaffee. Naja, ähm, was wollte ich sagen? Richard Gutjahr hat, äh, wo eigentlich, weiß ich nicht mehr, tut mir leid. Auf jeden Fall auf dem VN und Lübe. Prost. Prost. Mmh.